Die drei ersten Tore hat Ihnen Timo Werner eingeschenkt. Das sind nicht die ersten Tore, die ich von ihm kassiere. Ich habe schon ein paar Mal in der Jugend auch gegen ihn gespielt. Da hat er auch das eine oder andere Mal das Tor getroffen. Da ist echt nicht viel zu machen. Trotzdem habe ich eine Krawatte. Werden Sie jetzt vielleicht noch mal den Kontakt zu Timo Werner suchen? Nein, ich glaube, ich gehe jetzt suchen.